Fremdländer Fremdländer, wohin wollt ihr? Maus, Maus, so, meine Maus will nicht, Moment, okay, fuck, wo ist der Text, Moment. So, jetzt geht's los. Ah, sterbt! Das ist übersteuert, verdammt! Was zum wegeloses Scheusal, ich muss runterpegeln. Ich habe runtergepegelt. Ich liebe es. Ja, voll. Oh nein, oh ja. Geil. Ach schön, starker chileanischer Akzent. Inal? Inal, nicht gut, verzeiht. Inal, nicht gut, verzeiht. Inal, nicht gut, verzeiht. Inal, nicht gut. Das klingt aber alles polnisch, wenn ich... Akzent, was gibt's noch? Versuchen wir mehr... Vielleicht mehr, mehr Asiatisch. Inal, nicht gut, verzeiht. Inal, nicht gut, verzeiht. Ich bin nur eine Novizin, aber wenn es die Hohen wirklich verbannen kann, wieso haben die Püreee sich dann nicht damit... Wieso haben die Püreee sich damit... Dann! Ich meine, ich bin nur eine Novizin, aber wenn es die Hohen wirklich verbannen kann... Ich lese mir jetzt doch schnell durch. Die Püreee sich dann... Wie du fasstest? Ich geht? Wie fasstest du denn? Wie lange? Hast du das schon mal gemacht? Ach krass. Was? Ja. Okay. Aber das ist trotzdem... Okay. Krass. Ich könnte das nicht. Respekt. Das glaube ich. Doch, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir echt vorstellen. Heilige Scheiße. So. Wollt ihr ein Goldfach bei uns eröffnen? Ich möchte mein Goldfach einsehen. Und ich möchte meinen Goldfisch wettern. Natürlich. Angeblich ist eine Gesandte des Zuckerinselbundes. Ich hätte meine Brille mitnehmen sollen. Es ist schlimm. Es ist jetzt so weit. Ach. Angeblich wurde kürzlich ein Fremdländer zusammen mit einer Wegelosen... Hast du Wasser drin? Wasser? Ja. Wo in meinem Mund? Nee, hast du Wasser zum Trinken? Nee. Hol mal eins. Hast du eins dabei? Ja, auf dem Fenster. Sie kennt jemanden, der jemanden kennt, dessen Cousine fünfmalen. Wir hatten gerade es in dieser Nacht im fetten Leo... Leoren. Leoren. Ja. Warte mal, den finden wir gut, ne? Gut. Was? Das ist mein Lieblingslied. Das ist so romantisch. Vor allem, wenn er am Ende... Da ist der Text, verdammt. Ah, es war so schön, aber gut. Wo bin ich dann natürlich nicht. So, okay. Angeblich hat der Großmeister einen Fremdländer... Um auf, hier zu... Vibrieren. Zum Hüter der... Notze. Sehr gut. Wir brauchen 500 Groschen Startguthaben, damit sich der Aufwand für uns rentiert. Danach könnt ihr jederzeit mehr Geld einzahlen oder abheben. Ich zahle 500 Tale ein. Danke. Gebt mir 499 raus. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ja, ich wollte nur mal der Logik auf den Grund gehen. Wir brauchen 500. Hier, ihr könnt jederzeit alles aufheben. Gebt mir alles. Verdammt. Bei den sieben göttlichen. Herrlich. Bei den sieben göttlichen Hilfe! Ich kann nicht pfeifen. Also das so... Okay. Wo hab ich das nur hingetan? Das nenne ich doch mal ausgeglichene Gerechtigkeit. Verdammt! Das nenne ich doch mal ausgleichende Gerechtigkeit. Gut, gut. Also ich bin geprügelt worden, ja? Okay. Gut, gut. Ihr habt gewonnen. Das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu fazilitieren. Zum Teufel was? Ja. Fassil, ne? Fazilitieren. Nun, das... Das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu fazilitieren, dass ihr ihn intellektuell... Nun, das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu fazilitieren, dass ihr ihn intellektuell... Na? Na, das ist doch mal schön. Wollen wir auch mal solche haben? Ich mag das eigentlich ganz gerne. Nun, das... Das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu fazilitieren. Ich sage immer fazilitieren. Ich will aber ne Ganze schaffen. Ach, grüß dich. Ich... Ich wollte gerade zum Tempel. Grüß dich. Akisha. Er war kein Hohepriester, aber auch kein Akolyt mehr. Wir müssen hoffen, dass er an der Fertigung dieses Siegelsteins beteiligt war. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich da sage. Mhm. Dank unseres großmütigen Zinssatzes vermiert sich euer Gold, je länger ihr es bei uns aufbewahrt. Von alleine. Das ist aber fies. Das hätte niemand mehr kommen sehen da hinten bei Prima Vista. Ein Konto. Euer eigener Tresor in... Tresor. Gut. Und nun ein paar Sterbegeräusche? Ja. Bist du auf Klo oder... Mach doch mal. Das ist ein Tonstudio. Ja, du bist auch so jemand, der so schreibt, wie er den laut... Viele können ja nicht mhm lesen. M-H-M. Da kommt immer mhm raus bei den Leuten. Schreitet wohl. Und vergesst nicht. Bei Silren und Silren. Ne? Sil. Sil. Hallo? Na ja, besser. Hey! Komm mal rüber! Ja, ist okay. Madame Talara brennt vorzüglichen Brandenschnaps. Falls das irgendwas... Ähm... Irgendetwas... Was hab ich gesagt? Brandenschnaps? Was ist das denn? Eidel. 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 Okay, also Kampf. Also wie jetzt? Langgezogener wütender Kampfschrei. Weil ich getroffen werde oder weil ich auf ihn losgehe? Okay. Ich schlage nach ihm. Ich hoffe es ist nicht übersteuert. Ich mach nochmal. Ich hoffe wirklich es ist nicht übersteuert. Warte, ich hör mir das mal ganz kurz an. Das ist gut. So. Das ist gut. Das war kein Kampfschrei. Das war mehr so ein, ich will gern kämpfen, aber ich bin ein kleiner, zahnloser Tiger. Hakuna Matata. Jetzt siehst du den Spieler und sagst ihr ihr da. Ihr seht doch aus als könnte. Ah, okay. Ja, verstehe. Ihr da. Ihr seht doch aus als könntet ihr einen ordentlichen Leib unvergleichlich duftendes frisches Brot gebrauchen. Sehr schön. Jetzt bist du wieder laut, ne? Holde Verehrer des knusprigen Geschmacks. Okay. Holde Verehrer des knusprigen Geschmacks. Das ist gar nicht so einfach, gut. Und nicht wundern, die Kollegin, die ihr gleich sitzt, die hört dich nicht, ne? Also... Okay, super. Danke. Sanfte Freunde der König... Königenerquickung. Nochmal. Bitte. Wieder ein bisschen lauter verrückter. Mhm. San... Scheiße. Oh mein Gott, was ist los? Sie hört mich ja wirklich nicht. Es ist vorbei. Endlich. Yay. Cool. Oh. Ich hoffe, das passt.